So Leute, euer Black Seta. Und zwar bin ich gerade ein bisschen an meiner Minecraft-Strecke am Arbeiten gewesen, wegen den neuen Minecraft-Teilen und so weiter. Und ich wollte euch kurz was zeigen. Es regnet. Das erste Mal, dass es bei mir regnet. Und es sieht ziemlich episch aus, wenn ihr mich fragt. Ich find's gar nicht mal so schlecht, ich hab mir das echt scheiße vorgestellt, aber... Es sieht eigentlich echt geil aus. Vor allem, weil es teilweise aussieht wie Blut, hab ich da... Ja, egal. Ich interpretier wieder zu viel rein. Uh, das sieht doch schon geil aus. Da. Fahr mal. Boah. Epischst. Ja. Was ich überhaupt hier gerade mache, ist ganz einfach. Ich bin gerade dieses Schalter am Einbauen. Und ich will es austesten. Und zwar... Wenn ich gerade mal runtergehe, dann werde ich mir eine... Tubebox machen. Oh, ich will gar nicht rein. Oh, das sieht schön aus. Der Regen ist echt schön. So, mein Maus zeigt nach Doha. Das heißt, ich muss hier mal rein... Oh, das hört sich schön an. Hört man's drin? Oh, mal grad hier unten gucken. Oh, meine Blumen werden gegossen. Und du epischst in der Nacht. Das ist cool. Das heißt, es wird kann gleich anfangen zu donnern und zu blitzen. Und wenn es donert und blitzt... Ja, dann wäre das richtig cool. Ich will mir gerade noch etwas Größeres holen. Und zwar hier unten aus meinem Verkorks-Musikraum. Den muss ich die Tage irgendwann auch mal... ...reparieren, aber... Ich bin jetzt gerade zu fahr, mir eine eigene Notebox zu craften. Deswegen hole ich mir hier gerade eine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gehen wir gerade raus. Und... Oh, es regnet. Und die kleinen Tropfen, die da immer so rücktropfen. Das ist echt übel, was die da gemacht haben. Das ist... Respekt. So. Ihr scannt ja meinen Weg hoch. Den habe ich jetzt halt verändert. Durch die neuen Schienen, die es gibt. Ich habe auch mit den neuen Schienen... ...das Bahnsystem bei mir ein bisschen verändert. Aber... ... das kann ich euch gleich eigentlich noch zeigen. Yay. Endlos Energie. So. Ähm... Die schicken wir mal wieder runter. Ey. Und runter mit dir. Dove Kuh steht nicht hier. Yay, ich habe eine Kuh gefangen. Ich habe eine Kuh gefangen. Und... Boah, geil. Also Regen sieht echt geil aus. Vor allem, wenn man halt guckt, wie das hier so dazwischen so reinfließt und... ...episch. Das ist echt geil geworden. Regen ist echt Hammer geworden. Und so ist es hier eine Nacht, wenn das... Boah. Boah. Naja, Leute. Ich zeige euch jetzt mal gerade die neue Bahnstrecke und... ...da würde ich sagen... Schwarze Wolke. Uh, schwarze Wolke. Ich war noch nie in der schwarzen Wolke. Ich zeige euch nur in der normalen Wolke. Aber dann würde ich sagen, Leute. An der Stelle... ...hör euch auf zu kommentieren. Euer Blackseat. Und... Ciao, ciao. ... Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020